Du bist am 5.3., ne? 5.3.2011, bist du in einer Naubefalle in Kiel. Ja, 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 zum Karneval. Wir haben ein originales Bettetex hier. Okay. Ja, was denn so? Was, was? Volker Rache-Korn. Volker Rache? Volker Rache? Volker Rache-Korn. Äh, ich hab mal gehört. Ist das nicht dieser schnuckelige Typ, der mit Rot, 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 irgendwas mit Rot? Ja, der mit dem roten Pferd. Nee. Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fieger geweckt. Ja, ja, ja. Hey, komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ja, ja. Und dann hat er noch einen rausgebracht. Schatzi, schenk mir ein Foto. Oh. Ein kleines Foto von dir. Ich schau. Schatzi, schenk mir ein Foto. Schalalalalala. Super, der kommt. Der kommt. Und Joel Gutti kommt auch. Nein, der macht doch so Popschlager-Geschichten. Der macht Popschlager-Geschichten. Aber warum die noch, ey, wirklich Affengeilern. Ey, der ist Affengeil, sagt die. Ey, ist der nicht so ein Michael Wendler und so und so alt, wenn in so deutschen Schiffen... Kann man dabei auch tanzen oder stört das? Popschlager, ja, damit kannst du richtig losgehen. Hast du meinen Namen, Doktor Mott? Ja, cool. Ich bin so geil. Schalt endlich ab. Ja, cool. J-J-J-K- Oh. Vielen Dank für's Zuschauen.